Hier war ein Cut, Cut, hier war ein Cut, ja, 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 hier war ein Cut. Ist das nicht total untoll? Ist hier eine Tür? Nein, okay. Okay, wollen wir mal gucken. Hier irgendwo lang, hier irgendwo lang, wo ist sie endlich hingelaufen? Wo ist sie? Ich sehe sie nicht, sie ist nicht mehr da, sie ist weg. Haben wir sie leider verloren. Nehmen wir alles mit, vielen Dank. Da wird schon fleißig geschossen. So, irgendwo hier vorne, da ist er. Ich röste mich erst einmal aus. Ach, kann ich, doch kann ich. Ne? Du solltest vielleicht etwas von dem Zeug loswerden. Hey, sieht aus, als würde es da vor Meierleut zwimmeln. Ah, hier ist sie. Okay, perfekt. Hey. Ich wollte gerade fragen, wo du denn bist. Kannst beide haben, die brauche ich nicht. Haben wir auch irgendwas, was du sonst... Ich hasse es ja, zu schwer zu sein, ne? Es ist echt. Okay, sie kann auch nicht mehr tragen. Na gut. Vielleicht das nächste. Hi. Hey, du. Alle sind hier, General. Da ist es. Ziemlich beeindruckend, was? Der eigentliche Name ist Falk Independence. Aber die Minutemen haben es immer nur die Burg genannt. Jetzt weißt du, warum ich das Fohr unbedingt zurückerobern wollte. Weshalb brauchen wir diesen Laden nochmal? Die Funkanlage ist das Wichtigste. Aber mit etwas Arbeit können wir aus dem Fohr einen mächtigen Außenposten machen. Weißt du, was ich meine? Auf jeden Fall. Für einen 600 Jahre alten Bau ist es in ziemlich gutem Zustand. Das stimmt. So wird einfach nicht mehr gebaut. Und wenn wir uns die Burg holen, dann wissen die Leute, dass wir es ernst meinen. Unser Primärziel sollte sein, den Hof zu säubern. Dort dürften wir auf die stärkste Gegenwehr stoßen. Die Mauer auf dieser Seite ist am empfindlichsten. Aber auch von Süden aus könnten wir das Haupttor erreichen. Worauf warten wir? Gehen wir rein und knallen diese Hummer weg? Nein. Wenn wir uns aufteilen, können wir sie von zwei Seiten angreifen. Das wird das reinste Tontauben schießen. Warum lassen wir sie nicht zu uns kommen? Wir bilden auf der Seite eine Feuerlinie und locken sie raus. Und? General, was denkst du? Sie rauslaufen und die Zange nehmen noch nicht bereit aus allen Rohren. Ich würde die Feuerlinie nehmen. Bildet eine Feuerlinie. Ich locke sie raus. Klingt gut. Wir bleiben zurück und lassen sie zu uns kommen. Pass nur auf, dass du da drin nicht plötzlich festsitzt. Okay, Leute. Ihr habt den General gehört. Auf geht's. Versuch nicht, ihre Aufmerksamkeit zu erregen, bis wir in Position sind. Dann gehen wir mal in Position und dann wollen wir die mal aus allen Rohren wegknallen, ne? Wir holen ihn uns ja aber zurück. Ihr seid bereit? Okay, auf geht's. Okay, auf geht's. Mhm. Okay, das war das. Mhm. So. So, das ist, glaube ich, ein ganz gutes System, was wir hier gewählt haben. Oh, es ist tatsächlich jemand gestorben von uns. Krass. Wir haben leider Toto zu beklagen. Noch einen. Okay, Moment. So. Waren das alle? Ich loote dann erstmal alles weg, ne? Auch eure Leute. Die brauchen das ja nicht mehr. So. Warte mal eine Sekunde. Wir müssen uns darauf konzentrieren, die Burg zurück zu erobern. Mhm. Kann ich dich mal ganz kurz, du hier, du, ne? Du hast hier gerade nichts zu tun. Du liegst hier einfach nur so rum. Pass auf, ich geb dir mal wieder ein paar Sachen. So, dass ich wieder laufen kann, ne? Du liegst hier einfach nur faul auf der Haut. Okay, auf geht's. Okay. Die geht auch einfach rein. Was total doof ist. Wow, alter. So. 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 Entschuldigung. Sieht ihr nun mal diese ganzen Nester? Die werden die Sohn nicht umfasseln. Ne, da hast du wohl recht. Deswegen war ich die auch jetzt gerade kaputt. So. Okay. Säubern wir die Wände. Ja, wir gehen mal wieder auf 1. Das ist glaube ich besser. Hallo? Aber kaputt gehen? Das geht aber nicht kaputt. Hm, ich muss noch ganz kurz. Moment, Inventar. D-d-d-d. Waffen. Mordorfcocktail. Ausrüsten. Auf. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ausrüsten. So. Jetzt mal weg da. ich sag ja weg da aber ihr wollt ja nicht auf mich hören verbrennen die Eier einfach das geht ein bisschen schneller ne es hat euch noch gar nicht alles abgezogen ihr seid ja welche so das nützt ja das Feuer nützt nicht so viel habe ich so den Eindruck ne hier steht auch noch ein Ei so hier steht noch eins wo jetzt gerade noch irgendwo hier drüben ah hier oben drauf ist auch noch na komm so hallo so so jetzt oh heilige Scheiße oh Raketenwerfer hier oh was hat mich jetzt gerade geknechtet war er das huch das ist natürlich äh bisschen blöd würde ich behaupten ach Gott nee oh ich hasse hallo ah ok ok ich muss mir mal irgendwie was besseres ok Inventar noch einmal ok ne warte Splittergranaten wollte ich auch nicht stopp so machen wir halt einfach die hat zumindest mehr Sinn ok so mussten wir da nicht so na komm das ist irgendwo da hinten hat keinen Sinn ok ach wir sind gerade ein bisschen so was haben wir denn so für sonst noch Schusswaffen oh ok ja Schusswaffen das ist voll die Munitionsverschwendung leider hm hallo eins steht da noch immer dieses eine was noch irgendwo steht weißt du nerviges Ding so da kann ich schon mal eine Granate eigentlich rein so so speichern huch na zieht ihr auch nicht oh die kommt ja einfach so hoch oh ich hab mir glaube ich wieder selber das Gesicht weggeschossen schade natürlich aber wir haben da oben gespeichert das ist ganz gut so lauf 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 oh ich bin an seiner Säure verreckt das ist natürlich auch blöd oh das ist ein Mistviech ey oh man das ist ein blödes Viech ey es tut mir leid aber es ist einfach so wie hoch das einfach schießen kann das Mistviech übertreib einfach Spiel so so bam alter wie weit schießt denn das Viech seine Säure übertreib doch einfach sofort Spiel alter läuft hart bei den Viech ach ja genau hier hab ich ja zwischengespeichert so ach warte jetzt haben wir auch noch so kleine Viecher ich mag das Viech auf jeden Fall ja spring doch mal dann tue ich es halt nicht mein so woher kommt die Säure auf einmal wo zur verfickten Scheiße kommt die scheiß Säure her Mann wollte ich ja nur mal gesagt haben ok kommen wir hier auch hoch ja ne genau so was ja genau übertreib ja wie viele hier sind noch ja genau überall kommen die einfach nur raus diese Viecher genau wow Spiel du übertreibst es nie ne wo sind meine Kumpanen sind die alle weg alle tot ja wo die oh ich bin schon wieder gestorben ach ist das ein Mistviech ey ist das ein kleines Drecksviech ey Entschuldigung ok die Waffe hat sowieso gar keinen Sinn das ist natürlich auch ganz toll ne wo krabbelst Moment du wat bam das hat auf die Fresse gekriegt wie mich das verfolgt alter ich glaub es nicht ja komm ich bin hier ja nur am verrecken ich brauch den scheiß Anzug sonst wird das nix oh diese Säure sie macht einen echt fertig ey alles hier macht einen einfach fertig ja weißt man ist auch sofort nach einem Schuss von dem Mistviech tot ach ist das ein Dreckskerl ey ich glaub es nicht ich so sofort hier rein Inventar wir brauchen erstmal Leben irgendwie Mais weg so erstmal irgendwie an Leben kommen stopp ich brauch einmal Minen irgendwie äh Waffen Waffen äh Moment Mine hier stimmt gar nicht okay wenn das wie hier gleich lang kommt ist es in CS Splittermine so erstmal gucken wann es kommt wo es kommt wenn es kommt so dem ist halt ich darf jetzt halt nicht gleich in meine eigenen Minen reinrennen ich speichere ja immer oh fuck ich hab keine Muni mehr Bäm komm lauf weiter in die Mine wo ist alt weg 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 Bäm boah diese Minen sind super nein oh das war aber super mit den Minen ich muss mir Minen da hinten hinlegen boah die Minen sind ja genial die Minen sind echt gut da können wir es gut mit abwehren weil die erwischen es von unten achja ich hab hier auch nochmal brauche ich hier auch nochmal welche hin lauf 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 doch mal Mann so oh huch wer fliegt denn da lauf ah jetzt liegt es keine mehr ach so ist doch überhaupt nicht rüber gelaufen über den restlichen Minen boah was ist das denn jetzt für eine Kacke oh das hasse ich hier äh schnell in die Stadt rein Moment ich muss mal kurz gucken ob wir noch irgendwelche Minen oder sowas haben ähm Pulsgranate Laserpistole Minen ich brauche Minen haben wir tatsächlich kein Stück mehr okay okay ich muss das irgendwie noch irgendwie runterkriegen äh 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 Monmouth Cocktail hat glaube ich nicht so viel Sinn bei dem Splittergranate äh einfach so komm schon Granate treff doch mal ja alter das Ding ist tot Patron Fleisch rechtes Bein läuft hart was wer noch hab ich den nicht erwischt nicht na gut ähm warum brennt das jetzt hier auf einmal hm huch okay das Ding ist glaube ich nicht über alle Minen rüber gelatscht das heißt ich speichere jetzt einmal und gehe dann mal dahin mal gucken ob wir die vielleicht sogar wieder mitnehmen können die über diese nicht rüber gelatscht sind Roskis es gibt welche ja genau hier die nehmen wir dann nämlich wieder mit okay perfekt sind wir die eine auch wieder los oh die beiden haben sogar überlebt aber wir sind noch nicht fertig Entschuldigung wir müssen uns darauf konzentrieren die Burg zurück zu erobern aktiviere die Radiosender sobald ich das einschalte sind wir bereit zum senden ich denke es könnte schlimmer sein sobald ich das einschalte sind wir bereit zum senden ja also besser eine Ausgabe von Pistolen und Patronen gefunden Schusshafen verursachen dauerhaft plus 5% mehr kritischen Schaden sehr geil ähm nein das wollte ich eigentlich nicht Moment ach hier ist die Werkbank okay hä verlassen in der Werkstatt sind sogar Sachen drin Schrott Werkstatt Schrott achso okay ich lage auch einfach mal meinen Schrott hier noch mit drin benötigt Strom ah okay okay Energie hallo Energie Generatoren der braucht 10 ne 5 10 aber zuerst können wir nicht bauen dann können wir auch noch einen bauen wir brauchen hier mehr mehr Zeug auf jeden Fall was fehlt uns? Stahl 0 von 7 okay ich brauche irgendwas irgendwas was Stahl hier hat ich mach mich mal kurz auf die Suche nach nach 7 Stahl Moment Moment ich mach mich mal auf die Suche hm ich brauche doch nur noch Stahl 2 mal Stahl Stahl kenne ich nicht kenne ich nicht Holz 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 warum auch nicht ne Holz kann man auch immer mal gut gebrauchen Stahl sehr schön Holz 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 es käme Hilfe 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 Lauf ich seh nix mehr wo bin ich zieh mal ne Waffe Junge ne wirkungsvolle Waffe vielleicht oh jetzt ist er doch gestorben der Typ Mist Viecher ey diese Laser haben echt hä wieso hat das auf einmal wieder so viel Leben wieso hatte das auf einmal wieder so viel Leben auch Drecks Viech Mist Scheiße ey ich brauche doch nur Stahl warum kannst du dich nicht mal ver- ne ne achso hier wieder ich geh mal kurz Stahl wieder suchen ne Stahl 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 kann ich nicht Holz zwar alles nur Holz 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 aber wir brauchen ja leider Stahl so jetzt kann ich nochmal ganz kurz Inventar Waffen wir hatten jetzt hier die Sprengmine kommen wir die mal bitte ganz kurz ran dann hau ich die nämlich hier rein so ich mach irgendwie ne Waffe oh was hallo ok so damit das Viech nämlich aufwacht und jetzt ich hatte gehofft dass das mehr bringt und dass ich hier irgendwie wieder rausfinde danke Alter wieso hat das so viel fucking Leben was ja klar bockst mich doch nochmal mit einem Schlag weg du behindertes Mistviech ey oh man ich hasse sowas Mann ey da hast du es hier nimm das scheiß so und tschüss so kommt helft mir mal ihr klein mal gucken haben wir sonst noch irgendwelche Waffen die wir da reinschmeißen können Granaten ETC Monot of Cocktail können wir da noch ein bisschen reinwerfen na jetzt bockt mich das halt wieder mit einem Schuss weg fick dich du scheiß Viech Mann geh dahin zurück wo du herkommst du Dreckskackding ey Mann 10.000 Mal muss man den Kack machen nur wegen dem Mistviech glaub es nicht ey ich glaub es nicht irgendwas was ihn mehr kaputt macht Granaten oder sowas irgendwas brauche ich irgendwas nee haben wir tatsächlich nicht bleib auf Distanz wenn wir deine Knie krass lieb sind toll toll wo ist der Rest wo ist der Rest denn soll es sich woanders hin verpissen soll es sich woanders hin verpissen ich denke es könnte schlimmer sein sieh mal was du machen kannst ich seh mich mal um was sonst noch hier übrig Mann noch aufgeregt jetzt kein Bock mehr auf den Scheiß hier ach man Schutz 0 haben wir oh nö was ist das für ein Dreck hier so darf ich jetzt bitte hier irgendwas wieder verwerten so kein Risiko mehr bitte danke das war schlau Mann nerviger Scheiß auf jeden Fall so nimm nochmal eins damit du dir nicht die ganze Zeit so rumnervst toll ich kann die Bäume verwerten das ist will ich aber nicht ich brauche Stahl aber so wie es aussieht ist dieses letzte bisschen Stahl einfach in diesem Raum da drin weißt du Mann was soll der doof kack denn Spiel ich brauche doch nur ein bisschen Stahl gib mir das doch einfach mal ich brauche doch nur ein bisschen Stahl gib mir das doch einfach mal Schleich mit alteren vorbei Stahl zweimal nochmal zweimal Stahl ich nehme mir einfach mal kurz alles so auseinander so haben wir ganz viel Holz alles was wir verwerten können verwerten wir jetzt auch erstmal Brennstoff ja bleib mal liegen oh ein Flammenwerfer äh hallo äh äh gut ist der Flammenwerfer einfach mal weg ne okay pass auf ich glaube das passt auch einmal kurz so nein so jetzt wollen wir Strukturen nicht nein das ist falsch das auch Energie Generatoren wir brauchen ja echt einfach zwei von diesen dicken Händen dann passt das so haben wir okay neben wir haben es wirklich geschafft so lange zusehen müssen wie es mit den Minutemen abgeht mhm 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 das Problem ist aber dass dort irgendwelche bösartigen Viecher leben sobald du alles gesäubert hast platziere einen Funkleutstrahl und informiere die Siedler darüber und bevor du dich versiehst haben wir da eine neue Farm statt des Ödlands wir holen uns das Commonwealth zurück Stück für Stück okay laufen wir mal ganz schnell weg warte wir gehen mal erst einmal ganz kurz wir gehen mal zurück in die Sanctuary gehen wir mal erst mal zurück hin das ist sowieso ach so die Quest die wir haben sowieso hier okay aber wir gehen jetzt erstmal zurück in die Sanctuary ne oh schickes Gefährt krieg das kann ich das haben bitte danke so ist ja auch erstmal fertig egal wir müssen nämlich nochmal gleich können wir ein bisschen was leveln glaube ich glaube wir haben jetzt dann wieder ein Level aufgestiegen und dann war es nämlich auch schon wieder für heute ist ja auch lang genug ne die Folge schon wieder so nein war falsch Transfer Entschuldigung erstmal ein bisschen Schrott weg so wollen wir Glück zu Ende skillen ja ne so haben wir Glück tatsächlich komplett voll hier fehlt uns noch ein bisschen naja okay aber wir haben Glück voll das ist schon mal viel wert so ist Dogmeat denn mittlerweile da oder nicht er ist hier ne Dogmeat ist im Moment einfach nicht da ja die ist relativ groß ich suche gerade mal kurz ein bisschen nach Dogmeat aber ich sehe ihn auch nicht ne ah wie schön hier wächst ja alles ach das ist ja schön das freut mich ja okay wie viele Siedler haben wir Entschuldigung haben wir hier wollen wir mal gucken immer noch acht okay na gut was wollte ich gerade machen ich weiß es nicht ich habe es vergessen kann ich hier nicht sagen dass ich die Power-Rustung benutzen soll kann ich das echt nicht tun okay ist ja auch ist mir egal so Daten Aufgaben das ist äh das sind wir erst mal weg mh das ist im Moment unser das ist unsere Hauptquest wollen wir die einfach mal das nächste Mal machen als nächstes Mal gehen wir einfach mal da hin okay aber erstmal bis zur nächsten Folge von Let's Play Fallout 4 bis dahin tschüss ich bring jetzt mal noch ganz kurz ich bring Hauptmission es gibt ich habe gerade auszusehen schon auf F8 gedrückt na gut ich bin ja auch doof auf jeden Fall erstmal bis zur nächsten Folge von Let's Play Fallout 4 tschüss tschüss Let's Play Fallout 4 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020